Spartakus von Eva Grobinger in der schönen Kunsthalle. Mit Spartakus geht es der Künstlerin um Manifestationen von Macht und Ohnmacht, von Beobachten und Beobachtetwerden. Durch allegorische Verdichtungen lassen sie räumliche, psychologische und mediale Repräsentationen von Macht sichtbar werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020